Es ist bekannt als der älteste Beruf der Welt. Im alten Mesopotamien und Ägypten gab es Tempel, die der heiligen Prostitution gewidmet waren. Es gibt alte sumerische Aufzeichnungen aus dem Jahr 2400 v. Chr., die sich auf die Prostitution als Beruf beziehen. In diesem Video der Serie Ein Tag im Leben reisen wir ins 15. Jahrhundert nach Deutschland, um das damalige Leben zu erkunden. Bestimmten Prostituierten in der ausbeuterischen und missbräuchlichen Welt innerhalb eines mittelalterlichen Bordells war. Willkommen bei mittelalterlicher Wahnsinn. Ein notwendiges Übel. In den meisten Teilen Europas war die Kirche zweifellos die komplexeste Einrichtung in der mittelalterlichen Gesellschaft. Sie prägte ihre Einstellungen und bestimmte ihre täglichen Aktionen. Laut heiligem Hieronymus, Zitat, bediente eine Prostituierte viele Männer Lust. Im 12. Jahrhundert definierte Mönch Grazian mit Jeromes Worten Promiskuität als Hauptmerkmal einer Prostituierten. Ein Jahrhundert später stimmte Kardinal Hostiensis aus Italien zu und sagte, eine Hure täusche Liebe und Intimität vor, was ein Element der Täuschung beinhaltet. Und ihrem Kunden. Trotz der offensichtlichen Verachtung durch Geistliche galten Prostituierte als unerlässlich, da man von einem natürlichen, aber sündigen Sexualtrieb der Männer ausging. Ein Bedürfnis, das die respektabelsten Frauen verderben könnte, sogar ihre eigenen Ehefrauen. Ohne Prostituierte als Auslass für männliche sexuelle Triebe könnten diese sich der schlimmsten Sünde, der Sodomie, zuwenden. Ohne diese Damen der Nacht würde die soziale Ordnung gestört werden und es würde Anarchie herrschen. Leider wurden diese Frauen der Nacht nicht hochgeschätzt. Wie in der Antike wurden sie als notwendiges Übel und als die allergrößten Sünder betrachtet. Das Bordellgeschäft Für die Menschen im Mittelalter wurde das Bordell zum Mittelpunkt all dieser Unannehmlichkeiten, eine Art Ventil für männliche Lust. Das heißt, viele Stadtoberhäupter lizenzierten ihre Bordelle, einige besaßen sie sogar. Der Gemeinde selbst. Wenn Bordelle unauffällig gehalten wurden, war es nicht notwendig, die Prostitution ganz abzuschaffen. In Bezug auf die Kirche, es verhinderte Ehebruch, Masturbation, Homosexualität und Vergewaltigung. Es ist wichtig zu erwähnen, dass in England viele geistliche, auch Politiker, Geschäftsleute und Kirchenmänner waren. In London wurden mehrere Bordelle zur Einnahmengenerierung für die Kirche genutzt. Geld, das durch Sünde verdient werden konnte. Viele unsaubere Häuser, wie die in Bozen, Norditalien, nahe des Henkershauses, wurden an den Stadtrand gedrängt, da sie von der mittelalterlichen Gesellschaft geächtet wurden. Jedes Haus hatte etwa ein Dutzend Sexarbeiterinnen und mit einer jährlichen Miete von 70 Pfund war es für die Stadt eine ziemlich lukrative Branche. Idealerweise würde das Arbeiten in einem Haus statt auf der Straße Vorteile bieten. Bordellbesitzer, die den Frauen Schutz bieten sollten, waren oft kaum besser als moderne Zuhälter und misshandelten diese Frauen. Die meisten wurden hauptsächlich von ihren Familien an den Besitzer verkauft. Verträge zwischen Bordellbesitzern und Regierungsbehörde wurden vereinbart. Die Besitzer mussten Loyalitäts- und Gehorsamseide leisten. Es gab Regeln gegen Trunkenheit und Blasphemie im Bordell, sowie Richtlinien zur Regelung der Beziehung zwischen Prostituierten und ihrem Zuhälter. In einigen Städten wie Wien mussten die Halterinnen weiblich sein. Sexausbeutung Ende des 15. Jahrhunderts arbeitete Els von Estet in einem Bordell in Nordlingen, Deutschland. Zunächst wurde sie als Küchenmarkt angestellt. Vermutlich zwangen sie Bordellbesitzer, Leinhard Freymond und sein Partner, ihren Körper für Geld zu verkaufen. Barbara Taschenfieden Els wurde von einem ihrer Kunden schwanger. Barbara braute einen Trank aus Immergrün, wilder Karotte, Nelken und Wein, um eine Abtreibung zu veranlassen, nachdem sie davon erfuhr. Dann zwang sie Els, den Trank zu trinken. Els erlitt eine Fehlgeburt und verlor einen etwa 20 Wochen alten männlichen Fötus. Ohne Erholungszeit nach ihrem Martyrium musste Els sofort wieder arbeiten. Bei Preisgabe der Abtreibung drohten ihr Schläge. Babel aus Esslingen, eine Kollegin Prostituierte, sah das Kind auf einer Bank in Els Zimmer. Sie brachte ihrer vor Schmerzen im Bett liegenden Freundin einen Eimer Wasser. Nachdem Babel den anderen Frauen erzählte, was sie gesehen hatte, schickten Leinhard und Barbara sie in ein anderes Bordell in Ulm. Aber es war zu spät. Bordellkunden wurden misstrauisch, als sie bemerkten, dass die einst große Els nun klein war. Nachdem der Rat Gerüchte hörte, entschied er, zwei Beamte in ein Bordell zu schicken. Sie teilten dem Bordellbesitzer und seinem Partner mit, dass die höheren Ratsmitglieder informiert waren und eine Untersuchung bald starten würde. Nachdem die Männer gegangen waren, stürmte ein wütender Leinhard zu Els und den anderen Frauen und prügelte heftig auf Els ein. Trotz Einschüchterungsversuchen sagte sie mutig zu Leinhard, dass selbst das Abhacken ihrer Arme und Beine sie nicht am Zeugnis gegen ihn hindern würde. Leinhard und Barbara erkannten später, dass das Spiel vorbei war und beschlossen, eine Vereinbarung mit Els zu versuchen. Wenn sie zustimmte, still zu sein, würden sie ihre Schulden begleichen und sie könnte das Bordell am nächsten Tag verlassen. Els stimmte zu und Barbara schmuggelte sie leise hinaus, als es Zeit zum Gehen war. Sie fragte andere Frauen nach Els und spielte, als würde sie das Bordell nach ihr durchsuchen. Els hatte jedoch bereits der Prostituierten Margret von Beibrach alles über den Plan erzählt. Die Untersuchung Und so begann die Untersuchung. Der erste Teil bezog sich nur auf die vermeinte Abtreibung. Im Mittelalter glaubte man, dass ein Fötus eine Seele erlangt, sobald er einem Menschen ähnelt. Deshalb galt eine Spätabtreibung als schweres Vergehen. Els stand nie unter Verdacht, ihr Baby abgetrieben zu haben. Sie offenbarte, dass sie nach Weißenberg ging, als sie ihr Bordell in Nordling verließ. Zwei Zeugen, Margret und Anna von Ulm, bestätigten ihre Aussage und erzählten, wie Els untröstlich um den Verlust ihres Babys weinte und sagte, dass Barbara, Zitat, ihr Kind von ihr genommen und ihr Fleisch und Blut getötet hat. Der zweite Teil der Studie untersuchte allgemein die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Bordell und ob Bordellbesitzer Leinhardt seinen Eid, den er 1469 bei Arbeitsbeginn ablegte, gebrochen hatte. Nun traten fast alle Frauen vor, um über ihre grausame Behandlung zu sprechen. Die Untersuchung zeigte, dass Leinhardt viele oft mit Stock, Gürtel oder Bullenpeitsche schlug, wenn sie einen Kunden ablehnten. Als Anna im Bordell ankam, sagte sie, allen Frauen sei die Kleidung weggenommen worden, sodass sie, Zitat, elend und beinahe nackt herumlaufen musste. Els stimmte zu, sie musste für ihren eigenen Rock zahlen. Die Frauen waren von Anfang an verschuldet. Sie mussten für ihr Zimmer und Essen bezahlen und ein Drittel ihres Verdienstes abgeben. Sie mussten Sex haben, selbst während ihrer Periode, die sie als weibliche Krankheit bezeichneten, und an Feiertagen, was laut Stadtvertrag illegal war. Ein weiteres Gesetz verlangte zusätzliches Essen für Frauen während ihrer Periode. Sie wurden tatsächlich täglich mit ekelhaftem Futter versorgt, was nicht eingehalten wurde. Sie wurden für ihre Mahlzeiten, Wein und alle Bedürfnisse überhöht berechnet, was zu ständiger Verschuldung führte. Leinhardt berechnete Kunden ein Schlafgeld für Übernachtungen. Eine Frau erzählte, dass sie die Kosten tragen musste, wenn ein Kunde nicht auftauchte. Ihnen wurde auch das Recht verweigert, die Messe zu hören, dass jedem Bürger zusteht. Es war wahr, dass es für eine Frau in dieser Arbeit praktisch unmöglich war, auszusteigen, es sei denn, sie wurde durch Unterernährung, Erschöpfung oder Krankheit in einem Sarg hinausgetragen. Hauptsächlich sexuell übertragbare Krankheiten. Die ausländische Krankheit Was wir heute Syphilis nennen, wollte im Mittelalter niemand die Verantwortung übernehmen. Die Franzosen nannten es die Neapolitanische Krankheit. In England, Italien und Deutschland war es die Französische Krankheit. Russland machte Polen verantwortlich, während die Türken die Christen beschuldigten. Aber unweigerlich gab die Kirche den Frauen die Schuld, denn alle Übel der Welt konnten auf Evas Vergehen im Garten Eden zurückgeführt werden, die Ursünde. Im Mittelalter war es tabu, über Geschlechtsverkehr zu sprechen und Geschlechtskrankheiten galten als Strafe für diejenigen, die nicht nach Kirchenlehren lebten. Sie förderten Enthaltsamkeit als Lösung des Problems, selbst in hochreligiösen Mittelalter einfach nie funktionieren würde. Wirklich, Geschlechtskrankheiten wie Prostitution gibt es seit Beginn der menschlichen Zivilisation. Es gibt viele Hinweise auf Geschlechtskrankheiten in der Antike. Erotische Bilder von infizierten Genitalien sind auf Tonplatten aus Mesopotamien und ägyptischen Papyri von 1550 v. Chr. zu sehen. Syphilis war eine weit verbreitete Geschlechtskrankheit. Krankheiten des Mittelalters, hauptsächlich durch Bordelle und Prostituierte verbreitet, da viele Träger symptomfrei waren. Etwa einen Monat nach dem Kontakt zeigt sich die Krankheit mit Läsionen am Körper, aber sie sind normalerweise ziemlich schmerzlos, weshalb die Menschen denken, sie seien harmlos. Später breiten sich diese Hautgeschwüre oft auf die Handflächen und Fußsohlen sowie auf Mund, Vagina und Anus aus. Die Krankheitssymptome, einschließlich Fieber, geschwollene Lymphknoten, Haarausfall, Gewichtsverlust, Kopfschmerzen und Erschöpfung, nehmen mit Fortschreiten der Krankheit zu. Schlag es mit einem Hammer ohne Behandlung, kann Syphilis das Nervensystem durchdringen und Blindheit, Lähmung, Demenz und schließlich den Tod verursachen. Kinder, die mit während Schwangerschaft oder Geburt übertragener angeborener Syphilis geboren werden, können unter Gesichtsverstümmelung und Vergrößerung der Milz und Leber leiden. Mittelalterliche Ärzte verschrieben giftiges Quecksilber zur Behandlung von Geschwüren, was das Gift in den Blutkreislauf bringen und den Patienten weiter erkranken lassen konnte. Blutegel wurden genutzt, um Krankheiten auszusaugen. Einige Ärzte rieten Männern, sich mit etwas Schwerem in die Genitalien zu schlagen. Um es zu sagen, keines dieser sogenannten Heilmittel funktioniert und das letzte hat wahrscheinlich nur sehr wehgetan. Gonorrhoe hatte eine hohe Infektionsrate. Es war selten tödlich, nur sehr unangenehm. Die Mittelalterlichen bezeichneten es als brennende Krankheit aufgrund der Schmerzen beim Urinieren. Es wurde empfohlen, diese Bereiche mit Urin und Essig zu reinigen. Nicht nur funktionierte dies nicht, es war wahrscheinlich auch unglaublich. Ungesehen. Lionheart und Barbara durften die Stadt nie mehr betreten. Barbara wurde gebranntmarkt, da sie die Abtreibung von Els von Estets Kind veranlasst hatte. Die Prostituierten von Nordlingen lebten unter schrecklichen Bedingungen. Ein Zustand, der in mittelalterlichen Bordellen Europas üblich war. Nur eine erzwungene Abtreibung brachte den Missbrauch ans Licht. Els Geschichte ist relevant, da sie das Schicksal der oft übersehenen Sexarbeiterinnen beleuchtet, die stets ein bedeutender Teil der Gesellschaft waren. Über die Frauen aus dem Bordell von Nordlingen ist nach der Untersuchung im Jahr 1472 nichts bekannt, aber wir wissen nun, dass sie einzigartig komplex und wichtig waren. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017